Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder Equipage15. Ja, ich habe diesmal vor endlich mal wieder zu erkunden zu gehen, weil ich einfach mal ein bisschen mehr Blut brauche. Würde ich sagen, equippe ich mal mit mich mal kurz. So und fertig. Ich sage, let's go. Ihr seht schon hier links am Rand, ich habe vor ein bisschen mehr die Karte zu erkunden. Ich weiß, dass ich hier bei dem Klientrift, was hier kommt, schon war, deswegen gucke ich mal mehr so in die Richtung. So, ich gehe mal kurz hier im Perk drüber, gucken ob hier oben oben was ist. Hier ist halt viel geboren. Gucken, geht der Fluss weiter ins Meer? Zack, gut, dann gehts weiter. Oh lol, in Surmove. Ja moin. Das sieht doch schon mal erfolgreich aus. Na bitte, Seelatern. Mist, ich habe jetzt nichts mit ZigTouch. Gut, merke ich mir die Koordinaten. So, würde ich sagen, mal gucken ob ich runterkomme. Und go. Oh, warte, 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 warte. So. Perfekt. So. Super. Oh, da komme ich nicht vielleicht durch. Nehme ich mir mal mit. Zack. So, jetzt wird es gerade Nacht. Man, sehe ich kaum was. Und, wow. Weil ich ja nur gar keine Verzauberten angeln habe. Ich muss den Loot einfach mal mitnehmen. Ob sie gar nichts. Ich glaube in der Aufnahme sieht man noch weniger. Neh. Noch ein paar Gebäude habe ich noch zum Auslooten. Ich bin nicht mehr so. 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 Lull. So. Go, 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 go. Komm, mach mal Block platzieren. Zack. So. So ist ein ganz guter Trick. Einfach auf dich auf den Block stellen. Dann ist man so halb im Wassersturm drin und kriegt noch Luft. Zack. Und da ist schon die Truhe. Möken. Ach, man. Da kommt einfach nichts Gutes. Ich will eine Schatzkarte. Die Truhe nehme ich immer gerne. Zack. Und ein Gebäude haben wir noch. Ja. Und ein Objekt. Ah. Ist das dann weg? Ja. Ja. Ich bin nicht mehr in der Abwechslung. Ja. 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 Oh Gott, mach da was annehmen, wobei da war ich ja grad. Oh, so, jetzt ja. Und go! Oh, smart, nice! Ich hab die ganzen Wangelkörnscheid, die sind schaden. Na gut. By the way, ich nehm auch das Schwarzeichenholz einfach nicht mit, weil ich nämlich hier ganz in der Nähe ein Schwarzeichenbiom habe. Ich würde mich interessieren, ob hier noch was ist. Ich bin bei Ruin eigentlich auch Drohnen. Nee. Ich glaub hier ist nicht so viel. Wenn was ist, melde ich mich, ansonsten bin ich schlecht weiter. So, bei der Ruine war jetzt ja nix, aber hier nebenan ist gleich noch ein zweites Gebäude. Ein zweiter Komplex hier. Ich guck mal, ob hier was ist. Hier ist schon wieder kein Eingang. Komm. Ich glaub unter dem... ...bemosen Goldstone ist tatsächlich was. Kurz aufladen. Und go! Als ob hier schon wieder nichts ist. Bruder! Was ist los? Geht gar nicht. Direkt hier. Mmmmm. So. Seht ihr hier, hier war ich nämlich gerade schlafen. Schwarz-Eichenbillion. Voll super. Richtig geil, oder? Richtig. Na gut, aber ich glaub ich will einfach ein bisschen weiter. Schwarz-Eichenbillion merke ich mir. Schreibt mir den zuhause auf. Bis euch. Ach, da ist was, da ist was, da ist was. Zack. Diesmal wieder muss ein Gebäude. Ne Schatzkarte, ja moin. Kohle, lass ich jetzt da, hier brauch ich jetzt nicht. Perfekt. Und. Ich muss in diese Richtung. Ich hab grad mal eine Idee. Und zwar. Geh ich mal ganz kurz. Komm, mach doch. Ich geh mal kurz schlafen. Ich vermöge mich gleich wieder. Aber da vorne kommt ja schon die Küste. Brauch ich. Das ist jetzt so ein bisschen weiter nach rechts versetzt. Gucken, 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 gucken. Und. Hier unten müsste es sein. Mal gucken. eins. Apps Und ja, Auge des Meeres. Herz des Meeres. Sieht mal aus wie ein Auge. Super. Ich bin zufrieden. Genauso will ich jetzt aussehen. Genauso ist es super. Jetzt kann ich nämlich endlich Conduit machen. Na cool. Gut. Geh ich mal kurz nach Hause und meld mich gleich wieder. So. Endlich zu Hause. Gut. Hat auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hab ich endlich ein Conduit. Huuu. Hey, das kann ich vielleicht so endlich mal richtig was unter Wasser bauen. Das wird richtig cool. Vor allem sieht so Conduit einfach cool aus. Ich hab eben einfach so viel Nautilus Muscheln schon gesammelt durchs Angeln. Das ist krass. Jetzt kann ich endlich verwenden. Schön. Keiner Trick am Rande. Wenn man mal wieder 50, gefühlt 50 Angeln hat, die man alle nicht braucht. Menningspitzsacke in der Hand nehmen. Angel nehmen. Zack. 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 Schutze ich nochmal ein paar mehr. Oh, Vorhaben drinne. Guck mal. Kann auch weg. Gut. Oh, es leckt gerade richtig. Gut. Darin will ich mich auch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.